So, eigentlich wollte ich euch jetzt die erste mit dem nächsten Teil zeigen. Und zwar wollte ich nach West 3rd Street springen. Dann gehen wir aber rüber zum West 3rd Street. Okay, wir müssen ein bisschen was vorbereiten heute. Heute geht es mit West 3rd Street und Oakwood Slider. Die nächsten zwei Stadtteilen jetzt und dann insgesamt um Aufschluss für 5 zu bringen. Weil wir müssen noch ein bisschen tun, was tut. Ja gut, ich war jetzt ein bisschen aus dem Spiel raus, deswegen hat er gerade gezeigt. Oh, nee, nein. Ich gucke. Der letzte Bus war mir zu voll. Ich fahre jetzt bis dem, ich fahre mit dem hier. Komm her. Oh Gott, am 5, ich fahre mal mit. Wer jetzt hier? Ach, du kommst mit? Nö, ich fahre selber. Gut, okay. Das wird schon mal nicht passiert. Ich fahre selber. So, fahre wir nochmal die Route. Das ist jetzt wirklich einfacher, weil ich will sie jetzt gerne. Äh, jetzt fahre. Ja. Mäusein. Pff, das... 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 Das hat nicht. Ich. Die Bestimmung zu sagen würde, so könnte ich auch anfangen. Äh, was machst du denn mit deinem Leben? kollegen so also war man jetzt muss man die rute fahrt die glaubt ja nicht so lange das heißt wir fahren heute auf bord und west um die nächste zuzumachen also halter park an und park pikunia das sind zumindest die jetzt abgeschlossenen abgeschlossene stadt der die wir nicht noch mal anfangen müssen das ist das gründen weil wir die ja schon durch haben ich habe jetzt zumindest die haltestelle nur reingenommen die wir noch nicht auf 25 haben das sind jetzt diese paar die wir jetzt mitnehmen müssen ich das natürlich jetzt busse ohne ende fahren gerade um halt diese mega mission abzuschließen 41 das ist glaube ich leider der busse die hier bist du nicht die gegend fahren schäfer was machst du ja ich habe mich jetzt gerade übelst ablenken lassen von den fünf kollegen hier kümmertu kostet 1,55 so fahr mal da also noch mal raus habe ich schon erwähnt dass ich der busse fahrer b aber das würde mir nicht passiert jetzt ich weiß nicht was da gerade der kollege gemacht hat der ist neu der 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 ich weiß ich weiß nicht was der gerade fabriziert hat warum warum er da unbedingt da auch ein baller musste so hatte ich ja kein ausgeworfen und die geht es auf 2 hoch eine fahrkarte oh nein ich habe meine fahrkarte in meiner anderen hose vergessen vergessen dann so so die 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 gefühl so So, die nächste alte Stelle ist da vorne. Ich möchte gerne mal wieder zu einem Konzert gehen, der Sound da ist einfach so viel besser. Ja, ja klar. So, fahren wir da mal lang. Die laufen Leute rum, ich verstehe es nicht. So, haltschöne Schufe 4. Können wir die bald auch wieder rausnehmen. Äh, genau, Fahrkarte. Ah, es geht nicht über eine schöne Tasse Tee am Morgen. Heute gab es Kaffee. Nur Hilfe bitte. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So. Ja, du kannst. Ist da gerade noch ein Kollege, der gerade noch mal zusammen zu basteln bekommt. So. Ist das die hier? Ja, jetzt müsste die alte Stelle sein, ne? Genau. So. 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 Die nächste Stelle ist dann die Fortendlimits. Ich dachte, ich könnte jetzt alle auswerten, aber vielleicht kriege ich die Nachricht noch. Manchmal kommt sich ein bisschen späteres rein. Keiner, der im Fahrgast ist. Ja, ich mach doch mal später. So. So, fahren wir da mal ran. Ist das die? Ja, das bist du die 6 Zeile, ne? Ich lass mal kurz, lass mal gerade hier zu. Was ist denn der Schlaf? Wissen Sie, schlafen Sie hier? Oh, Mist. Ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Na ja, dann gibt's eben Pizza. Äh. So. Gut, dann mach's so. Dann sind die Türchen. Geht mal kurz das Handy anhängen, dass es sofort weiter geht hier. Da hängt jetzt irgendwo die Tür noch offen, man kann sagen. Ja. Deswegen sehe ich, der muss auch noch leicht nach rechts gekippt. So, jetzt hier links ist die 7. Ja, die 8. Äh, doch die 7 ist es. Diese Runde müssen wir jetzt ein paar mal abfahren, damit wir die auch dann irgendwann noch Finse haben. Ich wollte gerade sagen, du fährst mir doch jetzt nicht vor die Nase. Die Tylertaub ist dem letzten Mal gefolgt, der hat sich am Anfang jetzt erst. Aber jetzt müssen wir halt nach und nach die alte Stelle erwerben. Da hatte ich halt keinen Ausgang, dann ist sehr geil. Da legst du auf 4. Äh, normale Verkette, einfach eine Verkette. Nur hier bitte. Ist das ein Notik oder eine Verkette? Ja. kann ich bitte eine fahrkarte haben so diesmal dick kollege das habe ich eben schon erstellt das auto wird sich neben hier und dann kann man auch die fußkirche dazu ach du säcke halter bei gott ja gar nicht jedenfalls auf 4 so geschafft liebe leute dann haben wir dass man jetzt die ersten teile dieser route durch sind halt bei 400 jahre die 600 prozent aber ist okay das ist jetzt erstmal die müssen wir noch mal zwei am bittes als wir fahren die strecke so dann fangen wir sie noch mal ab ist ja gott oder ist ja ein schleifen modus ich glaube wir brauchen auch minimum zwei folgen bis wir die durch haben dass wir die auf für alles auf 5 haben zumindest hier im verteil so steht schon der kollege bereit jetzt ist es ist gar ja warum kann ich nicht ach das ist die das ist doch gar nicht ja die stelle gewesen das steht ja auch noch keiner du sag alter direkt auf was auch wenn ich auf was mitgenommen die kollegen da lebt ein bisschen sehr gefährlich der wollte nämlich gerade ich war ja okay war schon durch dreht und sagte ja ich schlaufe ich schlaufe so es wird so Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Der ist auch relativ neu, glaube ich, der Bus. Warte, ich würde mir was sagen. Hey, Schätzchen, hast du die Windeln gekauft, um die ich dich gebeten habe? Nö. Meinst du deine eigene? Hast du deine Wunscher eingeprüfen? Sie hat mir geschrieben, dass du sie zurückgeben sollst. So. Nein, sie hat gestern geschrieben. Heiz den Ofen auf 150 Grad. Ich bin bald zu Hause. Ja, tschüssi. Tschüssi. Wieder zwei, drei Mal werden wir sie ein bisschen sehen, müssen wir sie fahren. So. Die halten aber auch gerade, die sind nämlich auch gerade eisekalt zurückgedreht. So, fangen wir da vor, ja. Genau, den Fehler haben wir nicht immer gemacht, als mich der Kollege da eben gerade vorgegen die Wand gefahren und dann mussten wir natürlich da mitziehen. So. So. Schöner drum. Scheinertau. Scheinertau. Wesss. Halt ich ja keine Ausgabe, ne? Scheinertau. Wesss. Scheinertau. Wesss. Scheinertau. Wesss. Ich muss kurz, ich muss gerade was gucken. Ja. Ja. So. 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 Gut. Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzen haben untereinander? Oh, Ola. Oh, Ola. Wisss. In der letzten Folge hat der Peter Carlos in der Hand ausgeschrieben. Hier ist der. Mach die Scheiße aus da jetzt, ey. Mein Gott. So. Wenn ich heute nach Hause komme. Zack. Ja. Kenn ich. Nach Hause kommt direkt die Pläne zu schneiden. Vor allem in der letzten Zeit, weil ich sehr viel auf, weil ich gerade vor euch ein bisschen was vorbereitet, damit ihr nämlich, während ich im Urlaub bin, folgen habt. Auch man musste mal ab, oder? Ich glaube, dass ich das auch mit dem Schneiden alles hinkriege. Na komm jetzt. So. Dann gehen wir da hoch. Vielleicht hab ich ja Prof. Durchgang, die oft zu werben, da sind ich einige noch dabei, die nicht aufgelassen sind. Ja. Juhu. Ach, die ist aufgewertet. Äh, ist der. Juhu. Die ist aufgewertet. Äh, ist der. Juhu. 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 Ich kann ja die dann immer wieder löschen. Ich muss... Juhu. 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 so kann ich diese die drei gleich aus der route raus nehmen wir diesjahr 5 so wie gesagt ist davor es geht jetzt relativ zügig hier die drei waren die fahne ich sehe jetzt recht jetzt gibt es diese hier ist noch keiner wird auch keine aufwertung drin ich glaube hier ist es mir passiert das auto habe ich noch gesehen aber den fuß ich habe hier relativ gut gelegt die preis stellen ich muss sowieso beim guten plan oder steht einiges an leuten die karte wo ganz so die kann ich aus dem ok und die geht als nächstes hat die firmen die main w geht einfach zu fünft so Einen Einzelfahrschein, bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So. So. Gut, dann fangen wir nämlich hier links jetzt rum. China Towns House ist das ja. China Towns House. Oh, die hat ich ja keine ausgebaut haben. Also die drei, die sechs und die sieben müssen wir rausnehmen. Dann brauchen wir die nämlich nicht noch mal reinzusetzen. Die sind ja schon noch zu früh. So, normale Fahrkarte, Tageskarte. Eine Fahrkarte, bitte. So. Gut. Wegsaltestelle ist hier vorne. Die 8, die City Hall North. Also drei, sechs und sieben müssen wir rausnehmen. Haben wir so klar, dass der neue Form mir vor die Nasen fliegt. City Hall North. City Hall North. Endstation. Bitte alle aussteigen. So, gehen wir nochmal an der Wertung? Jawohl. City Hall North. Drei, sechs, sieben und acht. Nehmen wir raus, das ist die Rute. Nehmen wir die mal raus jetzt gerade, weil ich brauch sie ja nicht nochmal fahren. Die Linienplan mal reingucken. Kann ich die hier löschen? Geht nicht, ne? Scheiße. Gut, dann gehen wir sie mal raus. Also drei, sechs und sieben müssen wir rausnehmen. Wir sehen jetzt, die gab es nicht für mal raus. Dann lösche ich die jetzt. So, erstelle eine neue Route. Florida Avenue, West 3rd Street. Chinatown West. Die Route. Chinatown West. Forth and Nimitz. Mit die Stillenstufe brauche ich nicht. Forth and Nimitz. Main Avenue. Chinatown South. City Hall North. City Hall North. Die da oben ist drin. Ich brauche ja die, warte mal. Wir nehmen die mit rein, dass wir die hier haben. Ah, der ist doch mal raus. Wollen wir mal eine, die doch nicht keiner hat. Wir nehmen die Middle School hier dabei. Hä? Die ist doch raus hier. Wirst du auch gut, dann nochmal die Gitte. Wir müssen verarschen jetzt gerade. Äh, nein. So, dann nimm mal so trotzdem mit. City Hall North. Äh, so was ich mal. Das ist ja auch gut. Und ja mal. Genau, das ist diese hier. So, dann gehen wir mal auf gute Konfigurieren. Und dann nehmen wir mal wieder mal. Ach, das ist ja die Robo aus der Schule. Ist nicht schlimm. Äh, äh. Ist. Oh Gott. Oh Gott. Auf 5. Hier muss ich sagen, da muss ich hier nochmal auch anwenden. Ist mir gerade egal, ob die keine Nachfrage hat, die so gut hat. Ist mir scheißegal. So, Fahrrad. So, Fahrrad. Warte mal. Ne, WECO-Bus. Warte mal. Ist es sie? Ist sie, oder? Jetzt fahren wir. WECO. Der hier. Ich habe jetzt keine Leute mitgenommen, bis ich verhorchen. Ich bin gerade im Bus. Ja, im Bus. Ich brauche euch eigentlich, ich war da schon der Runde. Ich brauche euch nicht, aber die. Ich brauche euch eigentlich auch steigen, oder? Die ist auch okay. Perfekt. 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 Das ist noch ein Stück weit da vorne. Also bitte jetzt nicht verwirren lassen, dass ich jetzt an dieser Halterstelle vorbeifahre. Das ist die eine weiter. Das ist die zwei. Ich brauche, dass ich jetzt an dieser Halterstelle vorbeifahre. Ich brauche euch, dass ich die irgendwann aufwerfen kann. So, die wäre jetzt auf vier. Dann hätten wir fast wieder oben und auch komplett oben. so weiter geht es da wartet die erfahrung ist so weiter geht die reise hat ja nicht so viele haltestellen der fünf ist gesammt uns nur sie da die letzten halte stelle die wir fehlen wenn wir so gut und nur dort hätte ich gerne auch noch auf 5 war das thema auch erledigt das kriegen wir alles so schön step by step kriegen das sind ja einige schon dabei ist das würde ich einfach verbinden so sie sich vorne das ist klar ist egal damit das war schon so genau ich verleite mich mal verleiten darf der ersten links zu fahren aber das ist die zweite hier vorne ich habe ja kein ausgemacht hat aber 4 jetzt muss man diese rote hier ein bisschen abfahren äh senior ticket einfach auf der karte eine brauchst du okay danke gerne studenten ticket einfach keine will also rein damit rein und zurück mein freund hier vorne ist die nächste halte stelle schon also das ist unser letzter versuch dieser auf diesem stelle dieser folge nächsten folge gehen wir dann weiter gehen wir das thema dann weiter an ach das ist so rote apel oder so jetzt verpell ich die grünen apel ich mache jetzt mal in schlösser vor dass ich weiter geht dass es weiter geht nachkommt die krieg doch so das ist hier die 3 also welcher mit dem school das ist die die ist ja schon mal wieder eine manche stelle ich wusste ja was wäre das ist scheißegal jetzt ehrlich es geht doch nicht darum dass er mich nur nachfragen generieren oder was auch immer das geld kommt so dir bei aber das ist geht jetzt ich brauche eine fahrkarte gestern ist mein wochenticket abgelaufen ich konnte jetzt wirklich jetzt sehr ziemlich dank diesem fahrgast jetzt wissen zu lauf musik du hast auf jeden fall du hast auch du bist mit der musikhörer lauter da war das der wahrscheinlich mit der abgelaufen karte wir haben gelaufen wochenkarte so die halte stelle kann ausgebaut werden und die fünf das ist einfach wundervoll einen einzelfahrschein bitte ja gerne ich glaube auch nicht dass wir sie kriegen weil die erste vorne die fehlt noch die 1 das sind ja auch ein ticket heute wird frei so die märcher will uns gut die habe ich jetzt bewusst seit drei genauer weil wir die ja noch brauche ich habe ein bisschen das gas rausnehmen ich bin so lange geworden bis zügiger zu fahren teilweise das sollte man auch manchmal sind gerade bei schlechten strassenbedingungen die hätte ich wäre schon mal 54 das ist halt das problem die halbischer gießt aber auch fast fertig so halbischer kann aufgewacht werden da fehlt es hier tatsächlich doch aber wäre jetzt auch 5 aber es fehlt der haltestelle doch da unten und zwar gut dann immer das jetzt auch aus dann über die jetzt wirklich wieder die rote so richtig damit unterstellen da kann man nämlich dann direkt mit einbinden ich habe denn alles andere haben wir ja die haben wir ja da müssen wir hier unten kann man nicht noch mehr alte stellen die mädchen mittels die jenny war brauche ich die brauchen wir noch die brauchen wir noch ich versuche gerade bist du vier die verbrauch das ist blöd jetzt gerade die vier vier praktische zu planen ja brauche ich mal die büste dazu genau das ist diese hier ja das ist diese hier gut dann kommen wir west awkward awkward und wie heißt die letzte haltestelle für den juli sind und die auf 5 gut ich setze sie mal auf grün. Anwenden. Und die existiert. Gut. Genau. Weißt du auch was? Das ist diese hier. Die fahren wir dann in der nächsten Folge und dann sehen wir uns wieder bei Let's Play Boots Simulator 21. Und dann sehen wir uns wieder bei Let's Play Boots Simulator 21.